Hallo, liebe Unternehmer, Freiberufler oder Geschäftsführer. Geht es Ihnen und Ihrer Branche genauso? Sie suchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Dieses Problem höre ich bei meinen Gesprächen immer wieder. Fachkräftemangel, Ausbildungsstellen können nicht besetzt werden, die guten Leute sind weg, der Markt ist leer, haben auch Sie schon viel Geld ausgegeben und alles versucht? Zeitungen, Autopflebe, Online-Portale und so weiter. Meine Gesprächspartner ärgern sich immer wieder. Frust, Nerven und hohe Kosten, das ist, was bleibt. Mein Name ist Thomas Geist von der Thomas Geist Consulting. Seit Jahren beschäftige ich mich mit den Sorgen und Nöten von Unternehmern und helfe bei Lösungen. Speziell im Thema Recruiting werde ich Ihnen, falls gewünscht, einen großen Mehrwert bieten. Lassen Sie mich für Sie die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen. Anders als andere, besser als andere und ja, auch erfolgreicher als andere. Machen Sie mir mehr einen Termin aus. Am Telefon oder bei Ihnen vor Ort. Auch sende ich Ihnen gerne Informationen per E-Mail zu. Unter diesem Video können Sie wählen, was Sie bevorzugen. Es wird sich für Sie lohnen, denn Ihr Erfolg steht im Mittelpunkt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020